wir sind es mal wieder mit ein neues video ja leute das problem ist wir mussten erst mal mimi finden wir sehen uns gleich wenn wir mimi gefunden haben so wer mimi gefunden das ist die andere mimichen ja und irgendwann hat meine freundin auch ein youtube kanal ja dass ihr kaninchen sehr zweit noch die ist auch hier irgendwo das habt ihr ihn gesehen ja leute ja leute also wenn euch dieses video gefällt dann gibt ein abo dafür die kleine ja sie hatte eine krankheit krankheit so viele haare hatte eine krankheit ja magen irgendwas mit magen krankheit ja und sie wäre fast tot sie hat nichts mehr gegessen sie hatte luft im bauch ja und jetzt kann auch beiß aber sie beißt nie sie ist ganz süß ja leute ja 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 leute ja wir mussten sie jetzt neben einander stellen wir sehen uns gleich so jetzt sind sie zusammen bleib schön hier so jetzt sind sie zusammen schau oh mein gott das wie laut so jetzt sind sie zusammen und jetzt kommt der kleine schrampel das ist ein junger mindestens hier safi das zwei jahre alt und hier noch ja das ist mini vier jahre alt hallo mini ja so warum drehen zieht sich um da ist die kleine und hier ist der kleine beispiel hier das ist ein mädchen genau sie tanzt gerade das ist ein junger das willst du hier ist ein junger ja leute bis also ciao au no no